Und da wären wir an der Farbe in 1.2, die nun auch golden ist und glänzt wie goldene Flaggen, die golden sind und glänzen oder so. Sehr schön, und dann geht's zurück zu Plessie, hier findet ihr keinen Stempel, ne gut, bis gleich beim Stempel. So, hier halten wir uns jetzt auf dieser Seite, ganz vorsichtig, vorsichtig hab ich gesagt Plessie, hier wartet der Stempel auf uns, den wir sonst nicht bekommen. Nein, ich bin vorbei gefahren, ganz vorsichtig, da in die langen Schwirme. Gut, nicht um die Kante, nicht um die Kante, nicht um die Kante, nicht um die Kante, danke. Bis gleich an der Flagge. Hui, das war's. Ein Plessie Stempel für unsere Sammlung. Wunderbar. So wunderbar. Und damit haben wir... Welt 1 komplett. Wunderbar. Ja, da könnten wir theoretisch in die Röhre hier rein, aber nicht nur noch eine Münze mitzunehmen. So, jetzt können wir... Auf zur nächsten Welt. Willkommen in Welt 2, die keinen Namen hat. Nehmen wir sie einfach mal Wüstenwelt. Versteht ihr mal Wüstenwelt und Wüste und... Gratis Stempel. Ein Feen Stempel. Wie ist das schön. Stempel. Stempel für Gratis nehmen wir natürlich mit, weil sie für Lausen erhältlich sind. Und es war doppelt gemoppelt. Pekondors Ruine. Wüstenruine. Wüstenruine, um genau zu sein. Mit... Totstuhl. Tottenfall. Tottenfall. Größer Vogel. Jetzt viel Sand. Und eine Katzenblocke, die ich doch direkt mal nutzen werde. um hier rauf zu klettern denn hier ist der erste Stern wie man sieht die kannst du nicht übersehen klatsch sterbinde nur ha 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 hier ist nichts versteckt ok dass ich ja nie wissen was hier irgendwo sein könnte na komm dann eben über den Bereich da oben wo muss ich glauben ach komm schale 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 ich meine wir kommen hier noch irgendwie rauf und zwar über den Abschnitt zu einem Bonusraum mit ganz teufel Geld den wir unbedingt brauchen weißt du naja natürlich sonst kommt ja nichts mehr raus ne ne kein Stern schade kein Stern für uns ist so schade das sind wir meine ach krassenglocko gut die können wir hier sogar brauchen Wenn ich sonst hätte, ist die Vögel jetzt eine aufgepickt. Ich tue diesmal weg. Was soll denn hier ein Baum? Hm. Okay. Okay. Also rüber. Jetzt einfach rüber. Oh was, hau ab, Biene, hau ab. Na, ich war das nicht gedacht. So. Oh Gott. Puh. Willst du die Münze, oder? Ach. Nur ein paar Münzen. Oh, das war doof. Ich meine hier, oder? Hier ist noch ein Stern. Tappt. 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 Du bin ich. So. Oh. Da drin. Gut. Okay. Da bin ich verloren. Macht aber nichts. Macht mir gar nichts. Ist der Vogel in response? Natürlich nicht. Warum sollte er? Okay. Da bin ich. Ich hab' da genau gesehen, was da war. Ich hab' da genau gesehen. Tschüss. Lass den armen Todi in Ruhe. Und ja, wir haben uns in den zweiten Stern verpasst. Das war genau okay. Boah. Oh Gott, nein. Hilfe. Ohohoho. Das war blöd. Oder nicht so geschickt. Aber gut, jetzt haben wir noch eine zweite Chance für den Stern. Na? 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 Wir haben es versucht. So. So. Diesmal nicht. Hier. Hier lang. Hier ist den. Danke. Jetzt darfst du sterben. Und ich geh' nochmal hier rein. se H eşah! Tent tô banquist mal dieses Rinsting holen! Wait. Wait. Wimpson wieder Wimpson wieder Wimpson wieder Wimpson wieder Wimpson Really Wimpson! Ich kriege den dritten Sternen-Toad. Danke. Vielen Dank. So. Stempel. Oh Gott. Der Prozess ist ein bisschen lahm für diesen Bereich. Aber, und, und. Yeah. Perfekto mundo. Die goldene Flagge und alle Sterne und den Stempel in dem Level geholt. Super. Wir müssen also hier niemals mehr rein. Ist das nicht wunderschön? Ja. Wunder, wunderbar. Pling, pling, pling. Und zwei weitere Stages. Ach, Internet-Network-Funktion. Ähm, ja, ja, ja. Jetzt nicht. Später vielleicht. Geist-Me-Daten. Später vielleicht. Jetzt nicht. Danke. Schauen wir uns zwei, zwei an. Die unterirdischen... Oh, zwei, drei schon. Na gut. Unterirdische Schatten-Spieler. Da machen wir ja eben erst die zwei, drei. Darf ich jetzt weg den Fremden? Ja, okay. Wunderschöne pflanzen. Hier ist ja gar kein Stern. Bist du schon dumm, hier ist doch die Idee. Da ist der erste Stern. Ich mag die Fuzzis. Na? Nehme ich mit. Die Glocke kann man sicher noch brauchen. Ich mag diese Welt hier. Uah. Okay. Willst du eigentlich die Schatten nicht anders sein, wenn wir im Feuergrund vorbeispielen? Friss nicht meinen Zielposten. Ja. Ja. Zielposten ist ja. Zack. Die nächste. Nom, nom, nom. Hops. Ich stelle dich mal ab. Die nützeste Stempel. Geh nicht mit. Weiter geht's. Weiter geht's, Kollege. Oder auch nicht. Ach Gott. Ich habe es verloren, ne? Ich habe es verloren, ne? Der ist hier hinten. Drin. Das wusste ich doch ganz genau. Ich habe Katzenanzug verloren. So was Blödes. Nicht in die Tür reingehen. Denn hier wartet. Bowser auf uns. Er ist ja so böse. Und er ist tot. Er ist tot. Einfach nur aus Pappeln. Der Stein dagegen ist nicht von Pappeln. Oh, schätztes Beispiel. Tschüss, tot. Ja, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir irgendwie da hochkommen. Geht es hier rüber? Ich glaube, ja. Und hier im Haus sind übrigens nur Münzen. Nur Münzen. So, so kommen wir da hoch. Das ist ohne Katzenanzug fast schon unmöglich. Naja. Das ist wie gesagt zum ersten Part schon, ne? Nicht unbedingt zwanghaft 100%. Denn ich weiß, dass in einem gewissen Elpea des gewissen Fuchs-Draffens, wie schwer das Spiel noch wird. Ich darf immer wieder die Geduld haben. Das kann ich nicht wirklich sagen. Naja. Ich tue, was ich kann. Welt 2-2. Zieh. Zieh auf den Pustegipfel. Das Haar konnte man kaum lesen. Ach, nice ist das. Da brauchen wir den Tutscreen vom Pud. Ja, vom Bio-Game-Pud. Das sehe ich genau, Froschi. Gib mir all deine Münzen. Wow. Wow. Hier gab es den Stempel. Zu weit, zu gut. Wieder rein. Hoch. Oh, nein. Mario. Ach. Ach, mach mal von vorne. Okay, jetzt kommen wir hier rüber. Gut. Ich muss ab und zu aufs Pet schauen, weil ich weiß, wie ich hier hinzippe. Das wäre unter Umständen sehr unvorteilhaft. Wenn ich mich verzippe, weißt du Bescheid, statt zu sein. Einmal ein bisschen puste, wahrscheinlich kriegst du das Mikrofon. Nee, passt. Ich möchte ja euch nicht in die Ohren reinpusten. Ne? Er will das schon. Na? Steh ab! Ich bin so brutal. Und hier nach links zur Wolke. Geh rein. Hoppala. Kurz mit einem Pet ans Mikro gestoßen. Das ist ganz toll. Hier grüßt die nächsten grünen Sternen. Das weißt doch jeder schon. Sollen das hier sieht, wie wir dann auf dem Rennen tun. Und so. Und alles. Juhu. Wunderschön. Können wir euch eigentlich auch mit dem Pusten so ein bisschen. Kann sie leicht lähmen. Gut. Ist aber nicht so wichtig, dass man das Pusten könnte. Können müsste. Müssen und sollten. Und so. Weißt du schon. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich habe mich immer geduckt. Gut. Und hoch. Nein. Ich bin nicht schrecklich gesprungen. Kann passieren. Darf aber nicht. Wir sehen uns doch gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.